grüße aus der johannesburger heide wir wohnen hier in der herrlichen pension hubertus direkt am juxtisee das ist wirklich eines schönes fleckchen der erde wunderbar hier jagen tun wir in schnerd wie feldrevier unwahrscheinlich viele wiesen kort begleitet hagen mit der kamera und ich bin auch einmal zum ansitz mit meinem freund spieck gewesen beides haben wir in einen film gepackt und schauen wir uns mal an nun jagen wir im norden der johannesburger heide rund um nikolaiken am spierdingsee hagen ist aufgrund unserer schwärmereien bezüglich dieser schönen region voller vorfreude so ein bisschen erinnert uns unser jagdführer robert an clint eastwood naja scherz bei dem seite ein sehr erfahrener jagdführer der seine revier aus dem ff kennt laut robert kommt um 21 uhr ein alter bock aus dem angrenzenden bruch in den durchgewachsenen rapsschlag wir positionieren uns auf einem drückjagdbock doch hagen entschließt sich lieber vom boden mit dem raptor auszuschießen na das spricht doch für den raptor oder eine herrliche landschaft immer wieder brüche kleine landwirtschaftliche flächen und wiesen langsam geht die sonne unter und es ist kurz vor neun das gibt es doch nicht 21 uhr und das erste rehwild tritt aus robert scheint sein rehwild wirklich zu kennen nur der gesuchte bock lässt noch auf sich warten plötzlich steht er da wie eine statur und sichert sein revier hagen macht sich fertig es ist weit es sind gut und gern 200 meter im knall der masuren büchse verendet der alte vom bruch weidmannsheilhagen der spur robert gemeinsam umschlagen wir den bruch um an den bock zu kommen in dem hohen schlag nicht ganz einfach und weil es bereits dämmert nehmen wir mali an die schweißleine und suchen den bock was für ein bock und als robert den bock verbläst spüren wir dass ein solches jagderlebnis kaum größer sein kann spyshek und jörg sind mit dem russischen geländewagen gas unterwegs das ist das jagdauto von spyshek mit einer bisher nicht gekannten geländegängigkeit über sandwege durch blühende wiesen und felder geht es zum ansitz dick ist natürlich auch dabei und hofft wohl am meisten von den dreien auf jagderfolg und direkt nach dem aufbauen sitzt auch schon ein junger bock in der wiese doch plötzlich wird der jüngling unruhig und flüchtet da kommt er schon der platzbock und vertreibt den jüngling aus seinem revier ein mittelalter abschusshirsch zeigt sich noch in der unteren schweißleine abend sonne und vertreibt den dreien auf dem hoch sitzt die zeit und als die sonne dann unterging zieht auch noch ein elchhirsch über die freie fläche was für ein schöner ansitz das sind doch traumhafte bilder aus dem revier schnjadwi elchwild bei tageslicht rotwild bei tageslicht viel anblick ja und hagen hatte weit mein teil was gibt schöneres ja nun kommt das wochenende ich wünsche ihnen ein schönes am montag sind wir für wie sie wieder da wieder mit bildern aus masuren aus der johannesburger heide und sie sind bitte auch am montag um 11 uhr wieder dabei ich freue mich darauf bis dahin weit mein zeit